Darf ich fragen, wie alt die Teilnehmer waren, bei denen das funktionierte? Das war ein Kommentar unter meinem Video Minus 38 Kilo neuer Rekord mit meinen Abnehmen-Hypnosen und ich möchte hier gerne persönlich darauf antworten. Herzlichen Dank erstmal für den Kommentar. Falls Sie mich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nicht kennen, mein Name ist Ralf Lederer, ich bin Hypnotiseur, Sprecher und Autor. Nun jedoch zu diesem Kommentar. Darf ich fragen, wie alt die Teilnehmer waren, bei denen das funktionierte? Zunächst einmal hat das Alter überhaupt nichts zu tun mit der Wirkungsweise von Hypnose. Viel wichtiger ist es, dass die Grundmotivation stimmt. Ich gebe ein Beispiel. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ja, das klingt ganz gut, mit Hypnose abnehmen, ich gehe mal dahin, ich mache mal mit und gucke mal, was passiert. Ist das eine sehr schlechte Voraussetzung? Warum ist das so? Wenn wir etwas einfach mal so machen, wie auf einem Wunschzettel zum Beispiel, ja, ich hätte gern das oder das, man kann das vergleichen mit einem Wunschzettel. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Weihnachten, Sie sind ein Kind, Sie haben sich eigentlich nichts gewünscht, weil Sie haben schon alles und dann schreiben Sie auf Ihren Wunschzettel, ich hätte gerne eine Puppe oder ein Matchbox-Auto oder eine Playstation, aber irgendwie wollen Sie das gar nicht richtig. Es wäre schön, es zu besitzen, aber ein richtiger Wunsch ist das nicht. Dann kommt das Christkind, der Weihnachtsmann, und legt genau diese Dinge unter den Weihnachtsbaum. Die Freude wird in der Regel nicht so groß ausfallen. Jetzt gebe ich mal ein anderes Beispiel. Stellen Sie sich ein Kind vor, das eventuell nicht gerade mit einem goldenen Löffel geboren wurde. Ein Kind, das sich schon jahrelang etwas wünscht. Wir nehmen zum Beispiel mal ein bestimmtes ferngesteuertes Auto für einen Jungen oder eine besondere Puppe für ein Mädchen. Und dieses Mädchen wartet schon sehnlichst auf diese Puppe oder der Junge auf dieses ferngesteuerte Auto und es scheint so weit weg. Jetzt stellen Sie sich vor, dieses Mädchen, dieser Junge, hat eigentlich schon aufgegeben, daran zu glauben, dieses Geschenk zu Weihnachten zu bekommen. Es gab vielleicht schon das ein oder andere Weihnachtsfest, wo die Eltern in dem Fall halt nicht in der Lage waren, dieses Geschenk einzukaufen, weil es einfach zu teuer war. Oder warum auch immer. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieses Kind geht eigentlich mehr oder weniger ohne Hoffnung, aber immer noch nicht hoffnungslos in das Zimmer, wo der Weihnachtsbaum steht und in Erwartung dessen, dass da irgendwas drunter sein muss. Und auf einmal steht da wirklich das ersehnte Geschenk. Entweder die super Puppe oder dieses ferngesteuerte Auto. Also das Kind platzt vor Freude, ist außer sich, kann es gar nicht erwarten, das Geschenk auszuprobieren, weil es einfach gar nicht mehr damit gerechnet hat, die Hoffnung zwar noch nicht aufgegeben hat, aber bewusst gar nicht mehr wusste, wie es jetzt daran bleiben soll, dieses Geschenk zu kriegen. Und das meine ich mit Grundmotivation. Wenn Sie sagen, ja, es wäre schön, mal ein paar Kilo abzunehmen, dann ist die Grundmotivation nicht so groß wie jemand, der sagt, ich habe jetzt endgültig die Schnauze voll. Ich möchte ein neues Leben. Ich möchte nicht mehr angeguckt werden beim Straßenbahnfahren, beim Joggen, beim Fahrradfahren oder irgendwo beim Spazieren, wenn ich ein Eis auf der Hand habe. Ich möchte ins Schwimmbad gehen können, ohne mich zu verstecken. Ich möchte im Urlaub am Strand endlich mit einem Badeanzug rumlaufen können, ohne dass die Leute auf mich gucken und ich die ganze Zeit mich irgendwo verhüllen oder verstecken muss. Ich habe es einfach satt, dass mein Ehemann die ganze Zeit anderen Frauen hinterher guckt. Das ist eine ganz andere Grundmotivation. Also viel wichtiger als das Alter ist die Grundmotivation und das Warum. Das Warum dahinter. Und wenn das Warum groß genug ist, aber das Unterbewusstsein aus welchen Gründen auch immer gegensteuert, sei es aufgrund der Konditionierung, dass Sie als Kind mit Schokolade belohnt oder getröstet wurden, sei es, dass Sie das Essen als Entspannung nehmen nach der Arbeit, egal was, dann können wir daran arbeiten, dass Ihr Unterbewusstsein ab sofort den richtigen Weg einschlägt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich hoffe, diesen Kommentar weitgehend beantwortet zu haben, und zwar besser, als es in schriftlicher Form möglich gewesen wäre. Alles Gute für Sie, Ralf Lederer. Ciao, ciao. Ciao.